Erster Lightning Talk, Privacy Week. Kommst du gleich, bitteschön. Schon wieder so hell hier. Menschen, wunderbar. Ich glaube, wir kriegen auch noch ein Bild. Super. Ja, hallo, Jinx vom C3W. Jürgen auch vom C3W und beide von der Privacy Week. Ja, was sagen wir eigentlich? Wir hatten eine Privacy Week. Wir wurden hier vor zwei Wochen gefragt, ob wir es dann jetzt schaffen, ob das eine Alpha-Version oder eine Beta wird. Ich glaube, die 1.0 haben wir ziemlich gut hingelegt. Feedback war super. Wir hatten insgesamt über 60 Talks, 64 Speaker, viel Presse, super grandiose Rückmeldungen in Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns nach wie vor über euer Feedback. Also wer da war, alle zu uns kommen, gerne sagen, was grandios war oder nicht. Ja? Vielleicht sollten wir mal fragen, wer nicht weiß, was die Privacy Week ist, für die wir es erklären sollten oder so. Okay, die ignorieren. Einer. Okay, wir haben das hier jetzt, glaube ich, die letzten Wochen jedes Mal irgendwie immer was erzählt. Also geht Veranstaltungsreihe vom C3W zum Thema Privatsphäre im digitalen Zeitalter. Angeschafft hat es uns der Jürgen. Wir sind ja immer froh, wenn Vereinsmitglieder Zeug machen und nicht nur der Vorstand. Grandios. Dankeschön. Und was sollen wir noch kurz sagen? Genau. Also grundsätzlich grandios gelaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Hashtag nächstes Jahr gibt, ist schon durchaus vorhanden. Es gibt Recordings von einem Großteil der Sessions. Momentan, genau, momentan noch als Replay oder Relive auf mediaccc.de und die hübschen mit Untertiteln Gummibärchen und Co., da sitzen wir gerade noch dran, braucht noch einen Moment. Anything else? Jetzt sag du doch auch mal was. Ja, freiwillige Helfer für das nächste Jahr. Wenn wir das jetzt aufrufen, das wird nichts. Ja, ich glaube, es gibt schon welche, aber die kennen wir ja schon. Ja, aber wir sollten dazu sagen, das sind Leute, die dieses Jahr auch schon geholfen haben, die sich gerade gemeldet haben. Das heißt, es kann nicht so schlimm gewesen sein. Es kann tatsächlich nicht schlimm gewesen sein. Ich möchte das exemplarisch. Wir hatten einen Gast, der unter die Kategorie Laufkundschaft fällt. Der ist zufällig während der Woche zur Privacy Week gekommen, ist dann vier Tage dort ein Stück sitzen geblieben, war dann auch bei unserem Abschluss-Event beim Privacy Brunch und hat danach noch drei Stunden mitgeholfen und war am nächsten Tag auch noch mal da für eine halbe Stunde. Also so schlimm kann es tatsächlich nicht sein. Nee, also das wäre auch was, also die ganze Veranstaltungsreihe ist halt ausgelegt auf etwas breiteres Publikum. Also nicht nur chaos-affine Leute, sondern halt auch Menschen, die bis jetzt noch nichts damit zu tun hatten. Und dieses soziale Miteinander, das Engeln und Saal defragmentieren, wir kriegen das rein. Also es wird. Dankeschön. Achso, nächstes Jahr, ja auch wieder so grob um den, genau Ende Oktober so um die Big Brother Awards wieder rum. Und ja, also gleich mal vormerken, alle die Woche für die Engelschifts dann schon mal so ein Gedächtnis behalten. Passt. Nehmen wir. Ja, passt. Danke. Und für die, die bei der Privacy Week waren und schon ein paar Talks gesehen haben, entweder dort live oder im Stream, oder die sich die Recordings noch anschauen, unter fahrplan.privacyweek.at könnt ihr auch Feedback zu den Talks hinterlassen. Und da freuen sowohl wir uns, wenn wir wissen, was gut angekommen ist und wovon es mehr geben sollte, als auch die Speakerinnen freuen sich über Feedback, wo sie ihre Talks noch besser machen können oder wollen. Und es ist ja unser erster Versuch, wird in einem zweiten enden. Weil vorher schon, ihr habt ja auch Schweig mitgebracht. Ja, wir haben auch Schweig mitgebracht. Das gehört, ich übergebe das mal offiziell zum Verteilen. C3W-Sticker. Was erzähle ich jetzt eigentlich euch? Aha. Ah ja, ah, okay. Also...